Die Botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Die fantastischen Geschichten von drei dieser Objekte habt ihr jetzt gehört. Aber eine davon war erfunden. Wollt ihr wissen, welche? Willkommen zurück in der Sukkulentensammlung Zürich. Wir stehen hier wieder im Südamerika-Haus. Das Haus, in dem wir die Geschichte des brasilianischen Kaktus, wo Regen gemacht werden kann, erzählt haben. Und die Geschichte des Regenmachers in Brasilien ist natürlich erstunken und erlogen. Es ist nicht beleidigt, weder für die Vergangenheit, noch für die Gegenwart, dass die ursprünglichen Volksgruppen in Brasilien eine Kaktee gestreichelt hätte zum Regen machen. Es wäre ja zu schön, wenn es so einfach wäre. Ein bisschen Wahrheit ist aber gleich in dieser Geschichte mit Kaktus und Regen. Dazu muss man auf Chile gehen. In Chile gibt es die sogenannten Regenhölzer. Das wäre ein Beispiel dazu. Normalerweise sind die viel länger, einen Meter, anderthalb Meter lang. Und die sind aus dem Skelett eines Säulen-Kaktus gemacht. Das Skelett ist hohl, also wie ein Rohr. Und die hat man eben zur Herstellung dieser Regenhölzer verwendet. Man hat dazu die Kakteen-Dornen von der Seite her hineingesteckt, so dass es wie eine Wendeltreppe gibt. Es hat Kieselsteine eingefüllt und die beiden Enden verschlossen. Und wenn man das Regenholz dann neigt, dann klingt das ja fast schon wieder wie Regen, das an die Scheibe hinplatscht. Und die Regenhölzer, das ist sehr gut beleidigt, die hat man auch verwendet in Zeremonien, in der Hoffnung, dass man vielleicht doch etwas bewirken könnte, um ein bisschen Regen zu produzieren. Die anderen beiden Geschichten, die von den Plattenspielernadeln aus der Saguaro-Torne und die vom Eisenbeton, sind wahr. Die Geschichte der Plattenspielernadeln ist sehr gut beleidigt. Man kann auch heute noch auf einem Fromanarkt eine Tüte finden, wo Kaktus-Needles drin sind. Also eben die Torne vom Saguaro. Wir haben das auch mal ausprobiert an einer Museumsnacht. Das funktioniert wunderbar. Man kann auch die Torne von anderen Kakteen nehmen. Sie müssen einfach die richtige Festigkeit haben. Die Geschichte vom Eisenbeton ist etwas weniger gut beleidigt. Die Tatsache ist, dass Joseph Monnier, das ist dann der Familiennamen Monnier, dass dieser Gärtner war beim Louvre in Paris. Dass er für die Orangenbäume zuständig war und dass er den Eisenbeton erfunden hat und auch patentieren lassen hat. Ob aber wirklich ein Feigenkaktus, beziehungsweise das Skelett eines Feigenkaktus am Anfang der Idee steht, das kann man zwar überall lesen, in vielen Büchern über Bionik, in vielen Zeitschriftenartikeln und auch in Materialen für Schulen. Aber es gibt keinen Beleg aus erster Hand. Es gibt zum Beispiel keinen Brief von Joseph Monnier, den er das irgendwie aufgeschrieben hat. Oder autobiografisch, was auch immer. Aber Joseph Monnier war Gärtner und er hat sicher die Fiegenkaktus gekannt und hat auch gewusst, wie sie aufgebaut sind. Und damit ist der Bezug zumindest sehr wahrscheinlich, dass der Fiegenkaktus wirklich die Inspirationsquelle für den Eisenbeton. Wir danken für das Mitmachen am Wettbewerb. Wir hoffen, es hat Spass gemacht, die richtigen Geschichten zu identifizieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn sie uns einmal einen Besuch machen. Nicht nur digital in der Sukkulentensammlung sind, sondern auch mal in Personam. Und da wünsche ich mir schon jetzt viel Vergnügen im Rundgang durch diese Vielfalt. Merci für das Miträtseln. Weitere unglaubliche Geschichten aus unseren naturhistorischen Sammlungen gibt's zu entdecken auf fantasticstories.ch